Im Gazastreifen sind die ersten Hilfslieferungen per Schiff für die notleidende palästinensische Bevölkerung angekommen. Eine eigens dafür vom US-Militär errichtete Landungsbrücke ist jetzt einsatzbereit. Gaza selbst hat keinen Hafen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen hatte sich seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas massiv verschlechtert. Hilfsorganisationen kritisieren seit langem, dass auf dem Landweg nicht ausreichend Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen. Die USA hatte deshalb seit April an dem Pier gearbeitet, zusammen mit Fachleuten der israelischen Armee. Man kann das sehr gut auf den Bildern sehen. Die Inbetriebnahme der Landungsbrücke dient dazu, USAID und die UNO dabei zu unterstützen, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen und dort zu verteilen. In der vergangenen Woche war die israelische Armee ungeachtet internationaler Kritik in die im äußersten Süden des Gazastreifens gelegene Stadt Rafach vorgerückt. Sie hatte dabei unter anderem den in der Stadt gelegenen Grenzübergang unter ihre Kontrolle gebracht. Ägypten, an dessen Grenze Rafach liegt, weigert sich seither, die Lieferung von Hilfsgütern mit Israel abzustimmen. Über israelische Grenzübergänge gelangt seit Monaten viel zu wenig Hilfe in den Gazastreifen. Ausgleichsgüter in den Gazastreifen. Ausgleichsgüter in den Gazastreifen.